...dunk geworfen. Und wir kriegen unser Schäger auf rein. Er ist der sinnvollste Gute-Nacht-Sager der Nation, Herbjörn Schäger-Kramaschka! Präsident Volkan Kanzler und der Volkmanns-Akkus-Wertschau. Herzhoff hat sie nachgetreten. Zuhören, da geht es einen unbeschönen Blumenstrauß vom Präsidenten. Und natürlich das Trikot mit der Rücken-Nummer 60. Ausnahmsweise liegt das mit der Nummer 8. Wir kommen bei, um einen Rissapplaus, für den Berater der Berater. Herzhoff, 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 Herzhoff! Herzhoff, Herzhoff! Herzhoff, Herzhoff! Herzhoff, Herzhoff! 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 Ich wünsche Ihnen alles Zutte, viel Glück, viel Erfolg, gute Ressente, immer wieder Herr der Kolosser, immer wieder alles Zutte. Wir haben Niederschein auf alle Eintracht und das gewünscht wieder, und dann vielleicht Fibra Niederschein! Wir haben Niederschein auf alle Eintracht und das gewünscht wieder, und wir haben natürlich gesagt, dass er der Herrwärts des Letziger hat, der Kollege von Pubertes, nachdem wir. Wir haben einen schönen Tag, einen Applaus für Kira Niederschein! Wir haben 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 Niederschein! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch!